Von hier oben sieht die Erde perfekt aus. Erst bei genauerem Hinsehen erkennen wir die Folgen unseres Konsums. Wer weiß schon, was damit geschieht. Das ist keineswegs nur ein lokales Problem. In der Tiefsee gibt es mehr Müll als Leben. Wir produzieren zu viel Müll. Wir denken nicht über die Konsequenzen nach, wenn wir etwas wegwerfen. Das ist ein Fall von aus den Augen, aus dem Sinn. Natur funktioniert durch Werden und Vergehen, durch Aufbau- und Abbauprozesse. Wir setzen Dinge in die Umwelt frei, die nicht abbaubar sind. Heutzutage hat jeder in der Bevölkerung diese Chemikalien im Körper. Sie sind überall. Sie verursachen alle möglichen Krankheiten. Frauen können sie auf eine bestimmte Art loswerden, indem sie ein Baby bekommen. Wir haben es beim Rauchen gemacht mit dem Rauchverbot. Es hat bei der Gurtpflicht geklappt, ebenso bei Alkohol am Steuer, als das inakzeptabel wurde. Beim Abfall müssen wir das genauso machen. Vielleicht ändern sich die Zeiten und wir tun das. müssen wir uns malher Bis zum nächsten Mal. сп